Pferde sind nicht nur das größte Haustier, sondern auch das Haustier, was die höchsten Umweltbelastungen verursacht. Dazu haben wir verschiedene Haustiere wie Hunde, Katzen und Pferde verglichen. Beim Pferd ist wichtig, dass es relativ viel frisst und Stroh braucht, auch als Einstreu, aber auch die Autofahrten haben eine Belastung sozusagen, die dem Pferd dann zugerechnet wird. Schlussendlich hat ein Pferd dann ungefähr ein Drittel der Umweltbelastung von einem Mensch. Umweltschutz geht uns alle an. Wir Pferdehalter sind weltweit eine große Community, die viele Möglichkeiten und viel Macht haben, wenn sie etwas bewegen wollen. Wir können mit der Fläche sparsam umgehen, wir können ökologische Baustoffe einsetzen, die wir recyceln können. Holz, Lehm sind hier nur einige Beispiele. Wir können unser Grünland extensiv bewirtschaften und wir können ein Energiemanagement aufbauen, indem wir mehr Energie produzieren, als wir in der Pferdehaltung verbrauchen. Es gibt viel zu tun, viele Möglichkeiten. Packen wir es an. Wir können noch einen Akkab-Alektur an. Einfachen mit den jabKeeren. Ich nehme es an. Ich nehme an. Ich nehme an. Ich nehme an. Worte. Ich nehme an. Ich nehme an. Ich nehme an. Ich nehme an. Sie dauern. Ich nehme an.